hallo und willkommen zurück zu ich habe jetzt in der zwischenzeit nicht mehr rumgeguckt wo wir überall waren private rooms private rooms da waren doch so viele wir gehen mal noch nicht hier ist alles l1 hier ist l1 hier komme ich doch durch die karte habe ich bekommen aber hier war ich doch auch schon vorher drinnen da geht's kantine da ist wieder gesperrt hier der offene schacht l5 l4 hier sind die quartiere ich gehe mal da geht es bad ich gehe noch mal hier bei den normalen quartieren gucken aber hier war doch die eine tür die muss ich die jetzt alle testen okay wir testen sie alle ach nee hier war ich drinnen hier gab es die schlüsselkarte wie sieht die denn da ist rot da ist grün ach so warte mal rot 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 grün okay da kommt ich ja da von hier kam ich hinten sind jetzt gleich die anderen l1 war ich hier drinnen nein war ich nicht ja wohl neuer batterie blieb da noch Seaweed, Seegras Ja, Essen, Essen von hier, Seegras, okay Ah, hier waren wir nicht drin Und ein weiteres Poster Inhalt freigeschaut Test Spaciment, Do Not Open Ja Hier Okay, sonst können wir nichts machen Okay, was ist das denn alles? Ja, wo ist das Licht hier? Okay, L1, L1, L1 Hier ist alles rot Okay, gut, dann haben wir ein bisschen was gefunden Die Batterien nämlich Gut, dass wir nochmal hier reingegangen sind Weil jetzt können wir zurückgehen zum medizinischen Runter zur Med Bay Hallo Ich hab so Angst Und ich kann immer noch nicht rennen Steht auch auf der Tür, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil Okay, ich hab so Angst Mach mir gleich in die Hose, ey Ich hab ein bisschen Angst, dass es so ist wie Deep Space Da hab ich schon, da hätte ich schon gar keinen Bock drauf L5, L3 Da jetzt rein Nein Nicht zu diesem Zeitpunkt, okay Wo sind wir denn auf der Karte? Da Okay Okay Mhm ich suche die krankenstation ok treatment hier behandlung hallo work place medical examination report from robert dawson dizziness loss of balance low blood pressure needs to stay within radiation safety limits current diagnostic radiation poisoning oh radioaktive verstrahlung ein bisschen daily administration of potassium in two weeks okay was haben wir da aether salim irritable right eye and dizziness ok los ich einmal passwort angegeben habe bin ich immer drin oder wie ist das brauche ich nicht gedauert irgendwelche passwörter so wie bei prey so terror care jawohl bitte nehmen sie zusätzliche maßnahmen anspruch um ihr team während dieser todenten wetterlage zu unterstützen sollte das medizinische personal unterstützung bedienen greifen sie jederzeit auf unsere fantastischen dienste zurück super herer gesundheit wir freuen uns darauf alle bewohner heute abend zum sternenspaziergang einzuland stern spaziergang erinnern uns an das spektakel das dieser offenheit bietet wir hoffen dass alle teilnehmen können der spaziergang beginnt um 19 uhr xavier ortega werte bewohner viele von euch haben von den verstrahlungsfällen gehört die ich letzte woche behandelt habe ja ja da liegen zwei stück hinter mir in der krankenakte ich bitte euch die geltenden sicherheitsvorkehrungen zu oberflächen besuchen zu beachten sei denn vorbild und nehmt nicht an am heutigen sternenspaziergang teil wenn ihr an den in meiner nachricht beschriebenen symptomen leidet bitte wenn ich in diesem fall direkt an mich leidet oh okay um so good news i think my work here is beginning to pay off touts team is finally beginning to listen to my warnings about exposure they recorded higher rad levels at the site this week and i've had to treat two of his staff for uh radiation sickness dawson is showing signs of hypotension and saline complained of dizziness um current treatment is daily administration of potassium iodide i'm pretty sure we caught it quick but out of an abundance of caution i'll go ahead and schedule a ct scan for saline um just to roll out vestibular disorder um i just have no idea why these guys insist on working such long hours at the site they know that it's against regulations i just don't think that they're fully aware of the risks but who knows maybe the taste of seaweed in their mouth will remind them to put their health first hmm here is always more notstrom ah okay oh Gesundheit, hier kann ich nichts machen, Überwachung kann ich nichts machen, okay System ist immer noch. Oh ich habe keine Ahnung was das jetzt gerade ist, Entschuldigung. Oh, Medical, ein weiteres Plakat. Oh, ich habe die falsche Profession. Kein Signal. Oh ne. Oh ne. Scheiße, was ist denn mit meiner Nase los, ey? Locked, access denied. Okay, ICU ist zu. Intensive Care Unit ist zu. Radiolog ist auch zu. Oh, da ist aber was, oder? Was ist da drinnen? Ach ne, ist auch nur ein Schatten von der Lampe. Surgery. Warte mal, geh mal zurück. Kann so ein Röntgenbild dahinten sein vom Brustkörper oder so, ne? Aber da liegt auch ne Leiche, oder? Da liegt doch auch was. Okay. Hä? Beine hätte ich es übersehen. Ach du weinst es nicht. Ich denke, es war hier ein Röntgen. Ein Röntgen? Was macht dich das? Ein Röntgen, das ich habe. Ein Röntgen? Was? Ist Officer Taylor da? Ich zeige. Oh mein Gott. Was habe ich mir hier rausgesucht? Diese Blutspur. B2. Was ist für ein Röntgen? Was ist das? Ja. Was ist das? Hat die Wahrheit oder Was ist das? Was hat das mal so gewünscht? Er hat sich in Eisbo für die Tage? Ich kann nicht so. Ich kann nicht vorstellen, wie er zwei Wochen in der room. Ich wollte das nicht. Ich weiß nicht. Hallo darf ich wieder? Okay. Der nächste USB-Stick oder so, ne? So, let me know the status, thank you. This is the wire, this is what I asked. Building, building a new home. So ein beklemmendes Gefühl, ey. Iiii! What happened here? Iiii! Verbände, flutige Verbände. Einen blutigen Anzug? I found Officer Taylors SIA. He's not in it? If he was in it, then I would have found Officer Taylor. Why would he take it off? I think maybe he was injured. The blood on this suit matches the waiting room. Okay, do one final sweep and we just call the search over. This, it doesn't feel right. Agreed. I'm not a kid. Um, I don't need to be told that sometimes things just go bump in the night. And, yes, I know that there are storms happening outside. But, the storms... They, they don't... They, they don't... They don't make these sounds. I hear deliveries. And activities. An activity. At night. Something is going on here. And I... I need to find out what... So I... I... ... will confront Nick about my findings tomorrow. Okay, denn Dog hat irgendwas rausgefunden, das hier irgendwas... Los ist nachts mit LKWs und Gedöns. Das ist auch überall Blut. Hallo White, sei für sicher, dass der Notstrom alle medizinischen Anlagen der Station vollständig versorgen kann. Unsere andauernden Stromprobleme sollten deine Abteilung nicht beeinträchtigen. Okay, das hört sich ja so schon mal nicht schlecht an. Hallo White, danke, dass du, Adam, wegen des Zugangs zum Ingenieursektors kontaktiert hast. Gemäß Office Switched Multi-Tools Zugangsplanmandat kann mein Team die Anfrage aktuell nicht erfüllen lassen. Lass uns heute Abend in der Kantine besprechen. Ah, die Done-Part wieder. Hallo White, wie gewünscht hat mein Kollege dir eine Pflanzenprobe auf Gewächshausebene A hinterlassen. Ich dachte, das wäre gerade falsch übersetzt. Bitte lass mich wissen, ob sie deinen Vorstellungen entspricht. Danke, Helen. Der Hoskins. Wyatt, du weißt, dass ich nicht über die Arbeit anderer Abteilungen reden darf. Ich verstehe deine Bedenken, aber ich kann dir versichern, dass in dieser Station nichts Ungewöhnliches vor sich geht. Hast du versucht, mit Helen darüber zu sprechen? Ich glaube nicht, dass das helfen könnte. Hat Asim deine Videotelefonie in Ordnung gebracht? Der Hoskins, der weiß was. 100 Pro. Was, äh, was von Naderi. Ich wusste wirklich nicht, dass man die Schwierigkeit ändern kann. Danke, dass du mir das gesagt hast. Bei was denn? Ach, Schachschwierigkeit. Okay, da oben hab ich's gelesen. Ich hab's gelesen, nicht verают. Ich hab's gelesen. Ich hab's gelesen. Ich hab's gemerkt, dass das wieder reinigte. Ich hab seit Setzen gewonnen. Das ist gut. Das war's. I know that these medical logs are designed to aid our mental health and should anyone actually monitor these things, I want you to know that as a medical officer, I concur in theory. But in practice, I just, I need to spend time with my family. That's what I really need. And not just watch them, I need to see them. Because that's what I'm doing right now, I'm watching them through a screen. I think these next five months are going to be a lot longer than I anticipated. Oh, and remind me to speak to Helen about getting Rachel a space plant, because that's what she wants. Okay. Also seine Familie ist wohl zu Hause und er ist für, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so. Also es sind wohl jetzt noch fünf Monate auf dem Mars. Er denkt, dass es wohl gefühlt länger ist, als er dachte. The situation regarding sight exposure is a growing concern. I've spoken with, tout numerous times, increasing safety regulations. Today, today wasn't good. One of Nick's staff was admitted after suffering from extreme dehydration of the team. We had to sedate him. His hands wouldn't stop shaking. And after the patient vomited blood, he was sent to center point for further treatment. They'll administer standard care for hematomiesis. I strongly recommend it based upon the current situation here of DTPA. But unfortunately, at that point, it's... By the way, the incident has been reported. Something is going on here. And I need to find out what it is. Also war es nicht sein Blut, sondern von dem Patienten. Oh, Krankenstation. Krankenstation, welche Tür ist das? Ich habe mir gerade die Surgery aufgeschlossen. Also die... den Operationssaal habe ich mir gerade aufgemacht. Okay. Okay, gut. Gibt es hier sonst noch was? Ne, sonst nichts. Safety regulations, 2080. Boah, gibt es hier. Also hier gibt es echt viel zu lesen. Okay. Also der Dog ist der Meinung, hier geht irgendetwas vor sich. Weil da zwei Stück mit Schwindel zu ihm kamen. Der andere hat ihn jetzt voll gekotzt. Und ich glaube, das ist auch das Blut im Flur von dem Mitarbeiter, der das Blut erbrochen hat. Das ist wohl das im Flur. Dann hat er das abgekriegt auf seinen Anzug. Und dann hat er halt was anderes angezogen. Und hier liegen jetzt halt noch so ein paar Blutverschmiedelappen und auch die Verbände und alles. Rachel. Ach ja, das ist die Weltraumpflanze, die sie unbedingt braucht. Die sie unbedingt braucht. Auch sonst haben wir hier aber nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir in den Operationsraum gehen. Operationssaal, wie ihr mögt. Und dann lassen wir uns überraschen, was wir da finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und gebt euch mit netten Menschen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.